Angemacht! Sech! Zweiter Auge. Viermal 100 Meter Stachel der Frauen. Die Startgemeinschaft Gomaringen Schwäbisch Hall. Und die zweite Startgemeinschaft Lietzhausen und Balingen auf den Bahnen 3 und 4. Lietzhausen und Balingen liegt vorne. Da geht es jetzt auf Sandra Füßeler. Und die dritte Läuferin bei Gomaringen Schwäbisch Hall, Dennis Uphoff. Der letzte Wechsel, der hat überhaupt nicht gepasst bei uns aus Balingen. Damit bleibt die Startgemeinschaft Gomaringen Schwäbisch Hall mit Hanna Wutnig übrig.